Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The New Mario World mit meinem geschätzten Akkommunerator den EXORION, hallo liebe Zuschauer zu Let's Play The New Mario World, ich bin voll hart vor Freude, weil das nächste Level ist ein bisschen buggy, aber wird ganz voll und das Level danach ist die grausamste Hölle der Welt. Achso, doch 2. Ähm, ja, äh, was witzig ist, äh, was haben wir denn heute für einen Tag? Meine lieben, lieben Kinder, heute ist ein ganz besonderer Tag. Free Candy. Nein. Okay, ach das ist das Level. Daran renne ich mich, wow. Heute ist b-b-b-whoi noch, turn. Deswegen. Oh, wow, wow, ist Lack voll. What the fuck, ja, Spy Limitation FTW. Erstmal hier ohne Feder. So, nein. Nein, Yoshi. Du bleibst da. So. Uh, ein Maislachersprung. lächersprung ich gebe dir ein 8,5 in der B-Wertung oh nein nicht in der B-Wertung tja was gibt es neues zu berichten? boah, jetzt dachte ich schon nicht weiter runter ja, ja okay, die Panik ey, das heißt wenn du mit Jessie bis zum Ende kommst du dann auch gar nichts zu befürchten wow oh fuck, wow nice, doppelkühl doppelkühl sehr schön scheiße, das Level ist voll einfach Moment mal, jetzt weiß ich, dass der wieder schnell in Erinnerung hatte wo waren die Ställe mit den Manchern? hä? okay, das war am Schluss noch unnötig, aber wie welche Mancha? da gab es noch eine Stelle, wo man auf so einem Stachel, Spiky-Typ wieder ich hab den Namen vergessen ähm, so mit einer Rolle über so eine Mancha-Stelle musste hä, wo ist die Stelle bei dir? der Level war ganz anders als meins oh hä? ich kann ja alles überspringen also alles überspringen kannst ist nice und B? what the fuck, warum war der Level jetzt gerade ganz anders als meins? ich hab keine Ahnung bist du sicher, dass da eins anders war? ja ich hab's genauestens in Erinnerung ist das hier gleich? ist das normal? ja, das ist gleich, das ist normal das andere war aber gerade gänzlich anders Moment oh, mit Joshi und so ist es ja voll einfach wie lame das ist das falsche Spiel nein, das ist recht sicher? du hast recht? du hast recht? oh ja, ja oh man das war richtig Fail bei Mario drin gehabt das stinknormale ja ich bin seriös mancher, 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 mancher äh, mit Power-ups kommt man ja voll easy durch ja ist ja ganz chillig, das Level du hast Power-ups, leck mich ja ja, ich hab's mir im Level selber geholt ja ja ja, dann darf man ja, oder? ja ja, eben egal, es ist einfach sieht das ein Stück anders aus? ja, ja, das ist schon anders wow oh, nein leck was wow ja, schön so wow ich will nicht da runter ich will nicht mit dir spielen dank dem Delfin hat dich gerettet ja und Kaisermacher sind die Delfine scheiße wow oh, komm, die lecks sind scheiße warum leckt das jetzt so? ich hab keine Ahnung what the wow, ich wollte überhaupt nicht what the ich will nicht runterfallen sollte mal einfach werden wow hey, es ist scheiße, wenn's leckt hoffentlich wird das nicht im Kaisermacher so weil es könnte einiges einfacher machen ich hab keine Ahnung ich erinnere mich nicht mehr so direkt ans Kaisel cool das ist gut für mein Gemüt und schlecht für dich immer schönen Panzer nachholen dann kann dir der Fisch nichts what the fuck warum leckt das bei dir so hast du irgendwas im Hintergrund offen, was grad stört oder sind nichts bei dir einfach an den Sprites ich glaube, es liegt an den Sprites das kann sein oh, dann wurde das in der Burg echt lustig also bei mir sieht's eigentlich relativ normal aus jetzt ist es flüssig du kannst dir den Panzer töten töten egal, ich denke, ich verspricht so oder auch nicht du war mal, baby, du war mal what the fuck, wie hast du ihn gerade getötet? ich hab keine Ahnung what the fuck what the fuck is happening pass auf, die kommen nach glaube ich nein, ich will da alter, what the fuck is happening holy macaroni shit oh, ich hab's geschafft nicht den Rücken hindrehen, du Idiot und ja, nein und geschafft, siehst du alles easy la peasy passt boah na gut, die Level ging eigentlich aber das nächste Level hast du also du hast gesagt, es kommen zwei leichte Level und dann hast du gesagt, dann kommt ein schweres Level ähm, safe state so, dann schauen wir mal, Leute jetzt kommt the castle